Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sarah und ich möchte euch das Thema der Piktogramme näher bringen. Habt ihr den Begriff Piktogramm schon einmal gehört? Falls nicht, dann ist das kein Problem, denn ich bin mir sicher, dass ihr Piktogramme schon gesehen habt. Mit dem Wort Piktogramm bezeichnet man Bilder oder Symbole, die durch vereinfachte grafische Darstellungen Informationen vermitteln. Bei der Nutzung von digitalen Geräten begegnet man vielen solcher Symbole. Beispielsweise seht ihr auch hier auf YouTube Piktogramme für das Verstellen der Lautstärke, das Stoppen und Abspielen des Videos oder das Daumen-hoch-Symbol. Und ohne zusätzliche Beschriftungen wisst ihr gleich, worum es sich handelt. Piktogramme findet ihr auch auf Schildern im Verkehr und in der Umgebung. Auch auf Etiketten von Kleidungsstücken oder bei der Darstellung von Wettervorhersagen werden Piktogramme verwendet. So, jetzt haben wir die Bedeutung von Piktogrammen im Allgemeinen geklärt. Als nächstes wollen wir uns mit Piktogrammen in der Mathematik beschäftigen. Der Teilbereich der Mathematik, der Piktogramme verwendet, ist die Statistik. Die Statistik stellt Daten grafisch dar. Dabei kommen Symbole oder kleine Bilder zum Einsatz. Eine solche Darstellung als Piktogramm gibt uns eine schnelle Übersicht über eine Datenmenge. Hier könnt ihr einige Piktogramme sehen. Schauen wir uns nun ein Beispiel an. Die SchülerInnen der Klasse 1a sollen darstellen, mit welchen Verkehrsmitteln sie zur Schule gelangen. Dazu fertigen sie folgende Tabelle an. In der ersten Spalte werden die unterschiedlichen Transportmittel aufgelistet. Die SchülerInnen reisen, wie man sieht, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit den Öffis oder im Auto an. In der zweiten Spalte wird mit einer Strichliste festgehalten, wie viele SchülerInnen in dieser bestimmten Art zur Schule gelangen. Die Anzahl der Strichliste wird in der dritten Spalte als Zahl geschrieben. Diese Zahl nennt man absolute Häufigkeit. Vier Kinder fahren mit dem Fahrrad. Die absolute Häufigkeit des Merkmals mit dem Fahrrad ist vier. Nun sehen wir zwar alle Informationen, jedoch ist diese Tabelle nicht ganz so übersichtlich, wie wir sie gerne hätten. Hier kommen Piktogramme ins Spiel. Genauso wie die Strichliste bildet das Piktogramm die absolute Häufigkeit ab. Die Striche werden dabei durch Symbole ersetzt. Für die Darstellung der Verkehrsmittel werden diese Piktogramme verwendet. Diese Bilder kennen wir und sie brauchen daher keine Beschriftung. Sie stehen für die Arten zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit den Öffis oder im Auto. In diesem Beispiel geht es um 18 Kinder und ihre Art zur Schule zu kommen. Wir haben also 18 Daten und damit eine kleine Anzahl. Wir sagen auch, die Datenmenge ist klein. Wir verwenden für jedes Kind genau ein Symbol. Wir sagen auch, die Wertigkeit eines Symbols ist 1. Zähl nach. Du findest genau 18 Symbole in diesem Piktogramm. Jedes Symbol steht für genau ein Kind. Durch die Darstellung als Piktogramm können wir nun nicht nur die absoluten Häufigkeiten für jede einzelne Art ablesen, sondern haben gleich einen guten Überblick über die Verteilung der SchülerInnen auf die Verkehrsmittel. Wir sehen zum Beispiel, dass die meisten SchülerInnen aus der 1a-Klasse mit den Öffis anreißen und nur halb so viele werden mit dem Auto gebracht. Wiederholen wir gemeinsam, was wir in diesem Video gelernt haben. Piktogramme sind im Allgemeinen Symbole oder Bilder, welche mit ihren vereinfachten Darstellungen Informationen vermitteln. In der Mathematik werden Piktogramme im Bereich der Statistik verwendet. Es handelt sich dabei um einen Diagrammtyp, welcher ähnlich wie eine Strichliste die absoluten Häufigkeiten einer Datenreihe übersichtlich darstellt. Piktogramme kommen aber nicht nur in unseren Mathematikbüchern vor. Man kann sie auch in den Nachrichtensendungen im Fernsehen, in Tageszeitungen oder im Internet wiederfinden. Wenn ihr das nächste Mal ein Piktogramm seht, wisst ihr nun, worum es sich handelt und welchen Zweck es erfüllt. Aber wie kann ich eine größere Datenmenge in einem Piktogramm darstellen? Wie stelle ich zum Beispiel dar, in welchen Bundesländern die 9 Millionen EinwohnerInnen Österreichs leben? Ist ein Piktogramm auch für so große Datenmengen sinnvoll? Wie muss ich es lesen? Diese und weitere Fragen werden wir in den nächsten Videos dieses Lernzyklus beantworten. Bis dann!